«Avaguide.ch» präsentiert Ihnen drei interessante Produkte aus der Welt der Audiovision. Der Soundlink Mini von Bose ist ein Lautsprecher im Taschenformat. Er wiegt etwa 600 g, ist 5 cm hoch, 18 cm breit und etwa 6 cm tief. Mit dem Smartphone oder Tablet wird er via Bluetooth verbunden. Auf der oberen Seite des Lautsprecher braucht es eine einzige Taste, um die Verbindung herzustellen. Das Gerät speichert die letzten 6 Geräte, mit denen die Verbindung aufgenommen hat. Zum Lautsprecher gehört eine Ladestation für den Lithium-Ionen-Akku. Dieser soll eine Betriebszeit von etwa 7 Stunden haben. Dieses Gerät gibt es in Orange, Grün und Blau. Einen ausführlichen Test von Bose Soundlink Mini finden Sie auf avaguide.ch Panasonic präsentiert mit der Lumix FC72 Super-Zoom-Kamera. Brünnweite Länge von 20 mm, wieder auf dem Bildwerk bis zu 1200 mm entsprechendem Kleinbildformat. Das ist ein 60-facher optischer Zoom. Mit einem zusätzlichen 1,7-fach Telekonverter soll man scheint sogar Krater auf dem Mond aufnehmen können. Die 16 Megapixel Kamera verfügt über zahlreiche Manuelle und automatische Funktionen, ein einbauter Blitz, ein Bildstabilisator und die Möglichkeit, Video im AV-CHD-Format aufzunehmen. Einen ausführlichen Test der Lumix FC72 finden Sie auf avaguide.ch Lautsprecher, die den Ton von Flachburg-Fernsehen verbessern, sind im Trend. Onkyo präsentiert mit dem LST-10 einen Lautsprecher, den man als Sockel unter den Flach-Teilwein stellen kann. Bestückt ist er mit 6 Chassis, 4 Vollbereichs-Lautsprecher, die nach vorne abstrahlen, einen Tüftöner, der nach vorne abstrahlt und mit einem 21-Quad-Digitalverstärker angetrieben wird, sowie je auf der Seite ein Vollbereichs-Lautsprecher. Der LST-10 verfügt über Bluetooth, d.h. man kann Musik auch ab Smartphone oder Tablette hören. Die Röhren-Fernseher sind out. Angesagt ist 4K-TV. UHD steht für Ultra High Definition, ein Bildformat, das Full HD ablösen soll. In der Version 4K hat ein UHD-Fernseher die 4-fach Auflösung einer Full HD-TV. Das Bild ist überwältigend. Nicht zuletzt aber auch, weil die Bilddiagonale der präsentierten Fernsehgeräte sehr gross ist. Anbieter sind alle namhaften TV-Hersteller. Es wird allerdings noch eine Weile gehen, bis sich Fernsehsendungen oder auch Filme auf UHD durchgesetzt werden. In diesem Format kann man bereits einige Games geniessen und die Fotos ab dem eigenen Fotoapparat. Zudem gibt es ein paar Wiedergabe-Geräte, die Full HD-Bilder auf 4K hochrechnen. Bereits gezeigt wurden, sind auch die Camcorder, die es erlauben, eigene Videoaufnahmen in diesem Format zu machen.